Meine Familie ist wie ein Schatz. Um sie zu finden, braucht man eine Karte, einen Kompass und eine Schaufel. Was ist schwarz und tut weh? Was sagt der Buchhelder, nachdem er beim Fremdgehen erwischt wurde? Da habe ich mich wohl in der Spalte geirrt. Wie nennt man es, wenn ein Schatz ist? Was ist die Bahnmeisterin nach dem Sex? Jetzt aber raus aus dem Becken. Was heißt gute Zeiten, schlechte Zeit? Was benutzen Sie immer zwei Viagra nehmen? weil bei einer nur der arm hoch geht